Und hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Plus Sky. Wir sind immer noch vor dieser Arena und ja, ich habe meinen Pokémon nur wieder ein bisschen trainiert. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht noch wieder eine Folge hier bleiben muss, weil ich habe echt keinen Bock mehr darauf, immer 10 Jahren der Allengleichen in einer Arena zu bleiben. Deswegen habe ich mich ein bisschen hochtrainiert. Ähm, aber ich denke, das wird jetzt kein Problem mehr darstellen mit diesen Leveln. Äh, ja. So, bis jetzt läuft doch alles. Okay, das lief scheiße. Das lief richtig scheiße. Das ging voll für den Arsch. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Wie kann das Ding immer noch stehen? Okay, ab jetzt mache ich das ein bisschen anders. Gut, dass ich so einen ruhigen Charakter habe. Oh nein. So, weiter geht's. Attack Mist. So, Leute, ich bin zu weit, aber ich habe einen Songloben. Lord. What the fucking shit was that? Ich wusste nicht, dass der Eis ist. Hätte mir das nicht jemand mal sagen können? Lol. Natürlich hat der Eisstrahl. Ich wusste nicht, dass der Eisstrahl. Ich wusste nicht, dass der Eisstrahl. Ich wusste nicht, dass der Eisstrahl. Jawohl. Jawohl. Lutsch, mein Dorn. Hure. T-M03. T-M03. Waterpulse. Oh, Leute. Ist das ein geiles Gefühl. Waterpulse. Was? erstmal nur mich wait a second sorry but my lab has a breakdown my lab is full of electric type pokemon so i need your help you need to go there and switch off the generator the generator has been running a bit high while it's getting unsafe my co-workers are being frightened i must go where i write now the left is a new death see you later yeah see you later together road f ok we know where it goes road f ok we have to go to the next or what it means or mystic town i think we have to go to the next maybe we have to go to the next durchlassen und das ist damals von gegen den habe ich doch schon gekämpft willst du mich nutzen ok 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 no ok ok der richtung aus bekämpft und bin ich jetzt komplett von mir die dinge habe ich schon sowas von locker gekämpft ging die doch hoch giga sogar naja ok kein Lux sie lassen es aber immer noch nicht durch okay und das wird wohl zur Platte fix und die Höhle das wird ja schnell Meteor Fender ok ach komm Lunar Stone und 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 Elektroball. No! Elektroball. Elektrode. Ach komm. Can't escape? Bin ich dein Ernst, bin ich dein Ernst. Ne, Tom. Nun kommt endlich weiter. Leute, 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 Leute. Wie lange geht denn die Folge schon? Vor wir überziehen. Ach, geht noch. Können wir doch noch rauslatschen. Okay, das war's nicht. Da muss hier irgendwo noch ein Schalter sein. Ja, der. Komm, bis wir in Ruhe. Komm, bis wir in Ruhe. Elektrode. Huh. Ah, geht die Amir von Piss, ey. Ah, hier ging's raus. Okay. All machines are operating normally. Thanks so much, but my computer dictated a strange signal. It seems a thing of submarine near. Route T and pure city. It's abnormal. We should make an English jammer. I think is it. That's by Team Aquia. They have an office in the Pierce Museum. And a blueprint was also lost in the Ocean Museum once ago. They might be concerned by the submarine. Skye, you should look for other people to help us. I'll be here to keep close watch on the signal. Skye, I'll go right now. See you later, Murph. Bye bye. Okay, ich soll zu Pure City. Dann geh ich doch mal zu Pure City. Wo ist denn Pure City? Hier ist Pure City. Na ja, Leute. Auch wenn ihr euch drauf gefreut habt, dass ich weitergehen will. Ja. Hier ist Ende für diese Aufnahme. Und würde sagen, haut raus.